Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars. Nach der mega geilen Folge letzten Mal sind wir wieder in Dreierteams und wieder auf der gleichen Arena. Und das kann ja nur Gutes heißen. Flo, alles hell damit. Alles. Ja, ich hol gerade Blöcke. Ja, Flo, wir brauchen jeweils ein Eisen. Und wir wurden ja gerade auch brutals als Hacker bezeichnet. Tobi, hier liegen die Blöcke am Bett. 32. Hä? Das kann nicht sein. Oh, okay, ciao. Muss weitermachen. Fuck, wir sind nicht als Erste in der Mitte wahrscheinlich. Tobi, da liegt auch ein Eisen. Go, 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 Leute. Ich brauche schon mal Ablöse hier. Also, ich habe 26 Blöcke, aber ihr könnt schon mal herkommen. Ja, ich habe 20. Komm mit. Das sollte reichen. Oh, da brennt ich schon die ersten. Alter, sind die einen schon weit. Leute, blau, blau. Ich brauche Hilfe. Ja, bau. 5, 4, 3, 2, 1. Geht zurück. Beide ich. Tobi, wir können das doch schaffen. Okay, schaffen wir nicht mehr. Der eine hat schon ein Schwert. Yolo, beide ich. Du, du baust hier das Bett. Torben, hast du etwa kein Schwert? Ja, ich habe. Nein, habe ich nicht. Ja, dann geht zurück. Ja, okay. Ich baue hier eben. So. Baust du den Weg ab oder was machst du? Ne, ich habe keine Spitzsacke. Ich gehe. Da kommt einer von oben. Tobi, guck mal hier. Ich gehe zurück, ne? Und hole, äh. Ah, hier, ich nehme das Gold mit. Alter, was hat der denn schon für Sachen? Da kommt auch einer von gelb. Ja, ich bin tot. Ich habe vier Gold. Ich habe vier Gold. Ey, Leute, jetzt müsst. Ihr müsst aufs Bett aufpassen jetzt. Oh, das ist doch jetzt mal normal. Erstmal von vorne zu, Flo. Alter. Die kommt. Du musst. Die beste Sicherung muss von vorne sein. So, ich habe einen Bogen. Okay, Torben, wir holen uns einfach Rüstung, würde ich sagen. Ja, Flo, äh. Wenn du so viel Gold habt, dann kann ich mir vielleicht schon... Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Ja, gib mir einen, Flo. Dann können wir uns schon mal zwei Bögen leisten. Nein, danke. Ähm, ich brauche... Äh, Silber. Da kommt einer. Den hole ich runter. Oh, der dreht direkt um, als er gesehen hat, dass ich einen Bogen habe. So, du kannst mal kurz hochspringen. Danke. Jetzt da auch weg. Äh, ja, Flo, nachher baust du das ordentlich mit Kisten und so, ne? Ja, ja, klar. So, äh, ich habe zwei Eisern. So, diesmal also anscheinend schon mal nicht so eine dominante Folge, aber macht ja gar nichts. Wird jetzt... Ich brauche auch ein bisschen Bronze. Achso, ja, hier, nimm dir. Ich warte nur noch auf drei Silber. Achso, ich habe noch eins. Aber wir müssen gleich mit... Warte, ich versuche mal den nach oben einfach mal zu treffen. Äh, hier. Oh, ne, der Pfeil braucht viel zu lange. Hier ist mal eine Ender-Chess. Oh, mein Gott. Äh, Ender-Chess. Ein Silber-Bollner, da ist es. Sehr gut. Ich habe nur ein Gold. Äh, Torben, wie viel Gold hast du? Äh, gar keins. Gar keins? Äh, hier. Hier. Ähm, Essie. Essie, Essie. Jo, ich nehme es mit. So. Okay, Tobi, sollen wir mal versuchen, die Mitte zu holen? Ja, äh, Torben, du musst mich beschützen. Ich habe die Ender-Chess und plante die, wenn ich kann. Äh, die haben Bögen auch, ist ja klar. Ich versuche die mal von... Ja, getroffen. Ich auch. Okay, äh, geh langsam vor. Geh vor. Ja, der... Eine da nervt. Der baut sich ein, der hat keinen Bogen. Doch, hat der. Fuck. Ja, dann lauf, lauf, lauf. Vorsicht. Überlauf, überlauf mich. Genau, perfekt. Und jetzt sind wir da. Aber ich habe keine Spitzhacke. Ist auch nicht. Vorsicht. Tod. Okay, rüber. Ja, ach so, ich habe keine Blöcke. Los, schnell. Okay, und jetzt die Mitte einnehmen, Tobi. Du nimmst blau, ich nehme rot. Blau kommt. Ich helfe dir bei blau. Doch, ne, da kommt rot. Meine Spitzhacke. Da kommt rot. Rot, rot habe ich nicht runtergekriegt. Moment. Eine Spitzhacke liegt schon in der Kiste. Fuck, ich habe rot nicht runtergekriegt. Spitzhacke, danke. Flo, du kannst den Bogen holen. Ist wichtig. Ja, es kommt auch eine Spitzhacke in die Kiste. Nice. Boah, das mit den Kisten ist richtig gut, dass wir so richtig Teamplay machen. Okay. Oh, jetzt geben die schon wieder auf, ey. Ohne Spaß, Leute. Das ist doch echt traurig, sowas. So. Ähm, was wollte ich machen? Äh, Flo, du kannst uns auch mal bei, äh, wenn du kannst, Eisenschwerter rüberschicken. Eisenschwerter? Ja, die werden echt... Aber die sind auf jeden Fall echt praktisch. Okay, Tom. Eins schlägt mal. Guck mal schnell mit bei blau. Blau. Oh, ne, ich mach schon bei blau. Ich wollte ein bisschen den Weg von gelb abbauen. Du hast jetzt, äh, wenn du noch keins hast, da ist ein Level 2 Silber in der Kiste. Dann hast du nächstes bessere Bögen. Ey, Tobi, Tobi. Geh mal kurz Deckung oder pass einfach auf die anderen Teams auf. Du rennst einfach zu gelb. Ähm. Ich hab ein bisschen abbauen, dass wir die Früge noch sehen. Ja, genau, weil ich will nämlich auch hier einmal... Ey, braucht jemand irgendwie eine gute Kettenbrust, eine Dreier? Ähm, ne, hab ich. Äh, ne, ich nicht. Ich brauch. Du brauchst. Ich hab nur noch einen, da. So, die ist ja noch Kiste. Tobi, gib mir mal Deckung. Ich hab gemein rüber. Jo. Äh, kannst du eben mit dem Gold in der Chest ein Eisenschwert für mich holen? Ja, mach ich. Oder einen Bogen Level 2 kannst du ja aussuchen. So, jetzt... Wir kaufen uns, wenn, dann den besten Bogen dann hinterher. So, hier ist jetzt auch die Brücke weg. Jo. Äh, nicht bei gelb abbauen. Nicht bei blau abbauen. Nicht bei blau abbauen. Ah, ja, stimmt. Wir können uns jetzt auf die konzentrieren, ne? Das ist ganz... Da hast du recht. Du kannst noch eins holen am besten. Da liegen wir wieder. Aber vielleicht bauen wir mal das hier ab, damit wir sehen, falls ich hier hinter einer verstecken sollte. Ich hol mir auch ein Eisenschwert, ne? Ja, tu das. Ach so, ja, gut. Hast du schon eins, Torben? Ja. So, ja, dann ist okay. Rot kommt, Tobi, ähm, mit zwei Mann, aber ist eigentlich kein Ding. Weil wir die Mitte beherrschen. Eine Monarchie. Ey, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass keiner so rüberkommt, ne? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ach so, du meinst rüberbaut? Ey, Torben, guck mal, bei uns ist jetzt hier... Hast du Blöcke dabei, Torben? Ja, das macht keiner. Ja, äh, nein, nur sieben. Okay, warte. Flo, bei, äh, kannst du mal Blöcke rüberschicken? Hinter... Nein, hinter dir liegen welche. Oh, scheiße, ich hab nicht auf blau gut genug geachtet. Ja, es sind aber jetzt auch welche in der Kiste. Nice, äh, ich schick auch nochmal viel Gold rüber. Du hast jetzt zwölf in der Kiste. Oh, noch eins, dann kann ich direkt die Zogen kaufen. Nice, wow. Die kannst du dann ganz schön schicken, dann kann ich blau ein bisschen... Ich hatte gerade mal eiskalt... Ich hab jetzt gerade einen Bug, dass ich unendlich Blöcke hab. Ich... Ne, jetzt wurde's wieder rück... Ne, hä? Ich... Immer sieben, die ich mir schon vorher stack... Ach, fick dich doch. Nein, das ist ein Bug, Torben, da ist er unendlich. Oh Gott, ich hab kassiert, Tobi, weil ich nicht aufgepasst hab. Ich muss den... Ja, die kriegst du da. Ich kauf mir... Ähm, ja, nein, ich brauch mal kurz eine Hilfe, damit ich rengen kann. Den bräuchte ich hier. Okay, einer ist runtergefallen. Bogen liegt in der Kiste. Nice. Torben, bei blau ist die Brücke jetzt auch weg. Gut, bei rot nehme ich auch, aber die sind da halt mit drei Mann oder so, also... ...können wir unser Feuer drauf beschränken. Fuck. Boah, ich hab den noch getroffen über die scheiß Mauer von denen. Läuft. Ja, schon wieder. Und nochmal. Oh, und fast tot, ey. Ja, ich hab wieder einen getroffen, Alter. Ja! Ja! Ich hab ihn einfach getötet, obwohl ich nichts gesehen hab. Und ich treff schon wieder. Boah, richtig gut, ey. Ja, schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Ja, er ist wieder tot. Oh, jetzt sind sie wieder beleidigt. Ihr habt Hux. Ja, ich hab schon wieder... Alter, ich bin so OP gerade. Ohne Spaß. Ich glaube, nutzen wir Helden. So, ich mach blau weiter. Ähm, ja, wir können eigentlich schon rübergehen eigentlich. Nein, komm. Wir dominieren die Mitte doch wieder, also... Ich glaube, mit uns kann man... Ich glaube, mit uns kann man keine spannenden Spiele spielen, weil... Ich glaube, er hat das Schaft-Prinzip nicht so ganz verstanden. Bleib dabei rot. Hä, ja, ich will doch mal ein bisschen Action haben. Das ist so, schickste Torben auch einmal den besten Bogen. Du hast folgendes Archivment. Die kann man nicht abbauen, was auch immer. Dümdüdüm. 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 Dümdüdüdüm. 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 Aber pass auf, da liegt auch ein Einser. Ähm, komm, lass mal einen machen, das wird dann unser schnellster Kill nach neun Minuten. Ja, komm mal kurz. Ja, lass uns einen holen, bitte, ich hab Bock drauf. No, alter. Ähm, wer schießt? Wer am besten rein theoretisch. Aber warte. Ja, getroffen. Das ist kein Problem für mich. Hauptsache, dass wir blauern, nach drei, roten, zwei, gelbten, weil wir darauf achten, dass wir nicht. Okay, die bauen sich da ein. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Okay, ich hab den Bestenbogen. Okay. Okay. Ah, ha, okay. Jetzt haben wir. Also, mittlerweile, ich find's schon, schon cool, dass die Leute denken, dass wir Hex haben. Ja, ich bin ahm, komm, es ist auch sonst ein Server, wo alle sofort, äh, der Heck, der Heck. Ja, das ist die ganze, das sind die ganzen Leute, die von Hex jetzt mittlerweile rüberkommen. Weißt du? Ja, ich hab ihn getötet. Ähm, weil früher war Gommiser war ja richtig geil, da hat keiner gemeckert, wenn man, da wussten die Leute einfach, dass wir hier Skill haben, aber, ähm, ja, Flo, du kannst ja auch den Bestenbogen holen. Lol. Er denkt sich einfach, ich springe in den Abgrund. Ähm, ja, Flo, achtest du so auf, ist unser Bett ausreichend zugebaut? Nicht wirklich. Ich bin dabei. Wer ist hier ein Hacker, Alter? Ey, Leute, das ist so lustig, dass alle denken, dass wir Hacker sind, ey, ohne Spaß. Ihr seht's ja in der Aufnahme, Hacker, Hacker, pfff. Ihr seht's ja in der Aufnahme, wir hacken nicht, was ist mit denen? Wir haben einfach Skill. Und die können nicht damit leben, dass hier halt, dass jeder gegen uns verliert. Ah, ohne Spaß. Und, Leute, echt ungelogen, wir haben noch keine Runde rausgenommen oder so. Ja. Ey, Tom, ich schlech mich ein bisschen vor, bleib da, bleib da. Okay. Wenn wir, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt mal Bad Wars auf, dann ist jede Runde eigentlich, kann genommen werden. Also, ohne Spaß, wir haben noch keine rausgehauen. Jedes Mal haben wir... Jetzt ernsthaft? Ja, dann war einmal nur wir beide aufgenommen. Ach ja, stimmt, und da war's ja jemand, der überhaupt nicht Team geplayt hat und da sind wir rausgegangen, ne? Oder so. Äh, na, ich... Keine Ahnung, jedenfalls haben wir da verkrackt auch. Ja, weil... Aber das gehört daran, dass wir nur zu zweit waren. Äh, Tom, ich möchte euch hier ein bisschen Hilfe in deren Bunker. Alles... In deren Bunker? Du bist einfach in deren Bunker. Flo, kommst du in die Mitte? Äh, ich bau das Bett zu. Ja, lass dir Zeit, dann bleib ich erstmal noch hier. Äh, du denkst doch jetzt nicht, dass du dich vor meiner Nase da hochbauen kannst, ohne zu sterben. Tom! Ach nee, der ist ohne Sachen. Boah! Der hat ohne Sachen, also doch. Hä, was machen die denn? Da denken die, die können sich da hochbauen? Ich brauch dich hier. Ja, Tobi, ich brauch... Man braucht mich aber auch in der Mitte. Ja, okay, dann bleib ich hier. Und die Mitte ist minimal wichtiger. Weil die Mitte ist halt das Wichtigste von den Bad Wars geht. Ich bin so gut wie tot. Egal. Warum stimmt das halt auch alleine? Penalty. Teamgrün hackt. Alles klar. Gut, dass wir das nun auch wissen. Wie letzte Wörter. Ohne Spaß, es kann keiner mehr verlieren hier, weißt du? Nur weil die alle kein Skill haben und denken, eigentlich sind wir ja die Besten, wir gewinnen eigentlich jedes Spiel, aber jetzt müssen wir natürlich gegen Hecker spielen. Oh, Tobi, schrei doch nicht so. Hä, ja wie, Torben? Mann, du stürmst so alleine. Ey, was machst du dich denn mit zur... Ich verteidige gerade die ganze Zeit gegen die Mitte, gegen Rot. Und jetzt... Ja, der hat mich von unten weggelegt. Ja, Flo, jetzt freu ich dich hier, ne? Ja, ist egal. Äh, Torben, zieh dich ein bisschen zurück, würde ich sagen. Nein. Ich zieh mich doch nicht zurück. Wir haben Flo mit noch dem besten Bogen. Einer habe ich getötet. Ich bin auch komplett ausgerüstet. Ähm, ja, Flo, dann komm mal, ne? Und halt mal kurz blau, ich muss mal kurz was schreiben. Äh, ey, wir nehmen übrigens auf. Nur wegen Hacken. Und, äh... Ja, jetzt könnte das so wie Werbung. Spaß dir. Ja, jetzt wollte ich ja schreiben. Und, äh, da... Sieht man dann auch... Hacken wir natürlich. So, Tobi, du kannst jetzt langsam auch schon wieder einen krassen Bogen holen. Ich hab doch schon. Ach so. Na, wenn der so ist. Flo, nimmst du blau vor, ne? Oh, der eine hat ein Schaf hier hingesendet. Und das Schaf ist runtergelegt. Und schau. Loll, du hast überlegt. Ja, das ist noch ein Back, dass das Schaf ein bisschen... Ein bisschen schäft, ne? Flo, den machst du ja hoffentlich. Wer, du lässt dich von dem runter... Alter, ich wollte gerade schon sagen, ey, ohne Spaß. Wie oft du dich von dem hinten lassen hast. Wann kommt's raus? Ähm, sagen wir... Schreib in drei Tagen oder so. Ach, ich schreib schon. Hä? Ne, ich mach schon. Okay. Genau, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, ja doch, dann schreib... ...in zwei Tagen. Ich mach jetzt zwei Tage hintereinander PvP. Schreib in zwei Tagen. Okay, googelt dann mal. Oh. Äh, failed, Tobi. So. Warte mal, wer guckt jetzt bei Rot? Flo, machst du Rot, Tobi, und ich geh ihn jetzt auf Blau, die Nerven. Ja, ey. Ich bin gerade dabei, Blau hier... ...ein bisschen Angst zu machen. Sind die... Sind die im Bunker? Ja, da ist einer, Tobi. Pass auf, der hat einen Bogen. Ha! Ja. Ja. Ach, komm, geh weg, ey. Ich bin ein Hacker. Ja, ich dachte auch, er ist deswegen... Pass auf! Alter, hörst du wohl auf? Ähm, ja, schreib mal, wir brauchen noch ein bisschen Material, um die Stellen wegzuschneiden. Könnt ihr irgendwie... Ja, kannst du... Ja, ich geh nach oben. Da. Eh, ich baue das Wetter. Ich baue das Wetter. Oh Gott, Leck! Tobi! Standbild, äh, Standbild! Ich auch. Halt mich. So, weg. Blau ist weg. Lass mir den bitte. Kommt schon. Ach, da ist noch einer. Voll der Chiller. Lass den Torben bitte. Ähm, jo. Ey, Werbes hat sich die ganze Zeit beschwert. Ach so, warte, Torben, lass mich die Kiste looten. Lass mich die... Ja, hier, nimm dir noch... Äh, hier, nimm dir die... Nimm dir die... Ja, hab ich geholfen, danke. Kein Ding. Äh, ich kaufe hier eine Enderchest. Flo, du hältst ja noch. Jo, jo. Gut. Hier tut sich. So, da wurden... Also eben noch die Werbung gemacht, ne? Und danach direkt getötet. So muss das. Tut uns leid. Wieder mal schön gemacht hier von uns natürlich. Nein, hier bin ich nicht, Tobi. So. Ich muss dem Hacker natürlich noch eben zeigen, wie man richtig... Äh, dem Hacker eben... Hä, die haben die Kisten so gebaut, dass man die nicht öffnet. Was ist mit denen? Ja, die wollten die nicht öffnen, Torben. Das ist zum... Ach so, oh, sorry. Ich hab nicht gedacht. Ich hab nicht gedacht. Ich hab nicht gedacht, ey. Okay, dann lass uns die Betten abbauen, dann kriegen wir alle einen Erfolg. Oder zumindest ich, ich weiß nicht. Pff, so an. Wenn du den Kriegst, dann war er zufrieden, ne? Jo. Ja, du darfst... Ja, alle drei aufs Gelb. Pfeil, sage. Stopp, alle spannen. Ja, komm, lass mal so eine Challenge machen, Tobi. Hier, komm. Äh, also keine Challenge, so eine Aktion halt. Komm mal, Tobi. Pfeil, sage. Hallo, Rot baut eh nur Türme, um cool auszusehen, um zu sagen, wir sind die Bots. Und die bauen sich gegenseitig runter, die Genies. Komm, alle zielen. Ja, nicht auf Rot, auf Gelb. Okay, drei. Warte, ich mach Fünf-Ansicht. Ja, komm nebeneinander. Jo. Spannen. Und go. Los. Und nochmal. Feuer. Oh Gott, ich wurd getroffen. Ey, wir müssen immer wieder auf Feuer. Ich mach mal Rot, eben alleine fertig, ne? Ey, ne. Konter, los. Flo, du machst Block. Ja, gut, dann mach ich hier Stellung. Nee, hier Stellung. Komm, wir snicken uns. Dann gebe ich den mal hier ein bisschen Feuer. Achter unten, den kann ich nicht treffen, weil der Block so komisch voll. Vorsicht, hier ist ein Loch. Komm, Leute. Vorsicht, hier sind noch mal Löcher. Ich mach uns schon mal Attack-bereit. Warte mal, ich bin. Dann komm. Ähm. Okay, es leben noch zwei, ich suche mal. Ey, komm, das kann so ne... Brauchst du dich grad so gelb, Bruder? Ja. Das kann so ne krass schnelle Runde werden, Leute. Ah, Flo, hast du auf mich geschossen? Äh, Flo, ich fand nicht immer eben den letzten von. Nee, das ist gelb. Der hat sich hier hinten so voll unauffällig eingebaut. Ähm, dann kommt direkt wieder, weil... Dann machen wir jetzt direkt im Anschluss auch noch gelb. Jo. Ähm, bring ne Gravi mit. Wir haben ja genug Gold. Ja, ja, mach ich. Gut. Äh, wir haben hier keine Ender-Chests. Äh, ja, dann kauft ja eine. Kostet ja nur eins. Was? Boah, warte, mit dem möchte ich aber eigentlich was cooles machen. Boah, nein, Tobi töte ihn einfach. Wir machen jetzt hier ganz schnell Runde, bitte. Ohne Spaß. Wie? Loire. Nein, fall doch nicht runter. Ich hab doch den Kill. Hä? Ah, cool, ich hab ihn bekommen. Ja, bekommt. Nein, der hat das Spiel verlassen. Aber ich hab ihn getötet. Steht bei mir noch. so viel Geld Prozent Bündchen sie sich auf die Welt nein kauf lieber noch mal in der Perle äh ender Perle reicht nicht aus egal ich brauche auf einer der Tom kann ihn nicht werfen äh ohne Spaß diesmal darf ich ja wohl mal mit rüber Ortort ich kaufe uns alle drei Ender Perle wir gehen einfach auf alten Fischer ja dann komm dann machen wir es auf altmodische Art ne ich hab mir jetzt zwei gekauft schon ich brauche nur noch äh Tom licht mal 6 Gold bitte wein hä ich bin doch gerade in der Mitte äh nicht in der Mitte ich bin bei blau wie ich mach das da äh äh bei gelb mein ich 24 Gold kommt an nice so Tom ich kauf die auch ja Flo komm bau mal hier ein bisschen weiter äh Gravi Bombe ist übrigens war der hab ich so dann kauf ich uns alle so ich kümmere mich mal dass die jetzt hier nicht einfach vielleicht nur für zwei YOLO so wir können auch wieder auf aber ne wir wollen es ja auf die schnelle Art und Weise machen nicht auf die altmodische das heißt wir werfen uns einfach naja dann komm mal ein Stückchen zurück kurz dann kann ich euch hier nicht weil wir werfen uns dann einfach die schießen dich ab und treffen mich wir werfen uns einfach rüber aber ich habe hier ein aber dass der hat und dann ist hier ein und 1 wo man dennoch ich ich hier hatte ja warte also so also den Tobi ich soll die Leben doch weiter tun warte warte doch stärker Trinken, Stärke trinken. Ja, wie denn? Über die Werfen, oder? In die Reihen. In die Reihen. Drei, drei. Bin drin, bin drin und werde... Lass mir das Bett. Tot. Okay, komm, dann gib Gas. Ich auch. Ich auch. Ja. Tot. So, Leute. Das war doch eine richtig klagige Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Wir sind gerade übrigens in einer Aufnahme. Und rasten richtig aus, Leute. Direkt die nächste Runde wird aufgenommen. Ciao.